Mahlzeit, ihr kleinen gefickten Händchen. Es ist wieder Montag, 18 Uhr. Ich dürfte genau pünktlich sein durch die Zeitumstellung für Vorschau des neuen Events. Hier haben wir erstmal ein Update. Sehe ich gerade. Mal gucken, wie lange das geht. Sehr gut. Schauen wir mal rein, was uns jetzt erwarten wird. Das ist ja irgendein April Fools Event, das müssen wir gleich mal genau anchecken. Wir gucken aber zuallererst mal Eideln. Und zwar, wenn ihr euch eine gewisse Zeit vorher nicht einloggt, ihr wisst es ja, kriegt ihr was geeidelt bei so einem Event. Und das ist in dem Fall diese Karten hier, diese Joker-Karten. Ja, das sieht schwer nach einem Joker aus. Die Joker-Mützen, 58 Stück, habe ich geeidelt. Ich bin nicht online gegangen vorher hiermit. Dann gibt es zwei Magiewürfel, ich nenne sie jetzt mal so. Wahrscheinlich täglich. Key, klar, ist Key-Event. Und das ist es dann auch, glaube ich, auch schon. Also zwei Magiewürfel und geeidelte Quark. Dann wollen wir mal schauen. Fangen wir von oben nach unten an. Wir haben zuerst mal Key-Event. Wie immer könnt ihr Keyes kaufen. Dann gibt es den Key-Event selber zum Pullen. Hier müsste nichts drin sein, ist es auch. Der ist allerdings nur bei 400 drin, nicht bei 3 und 5. Bedeutet, da zu pullen ist nicht so easy. Wer noch nix braucht und Keyes über hat und für den neuen Höllehelden nicht pullen wird, kann es machen. Aber ansonsten würde ich davon dann abraten, wenn man jetzt für den neuen Höllehelden wartet. Nix und Demis gibt Artefakt-Charts. Dann haben wir hier wieder die Fusion. Wir haben im Moonshop wieder für 500 Moonstones Ragnarok. Die Rolle des Drachen und das Mittlere weiß ich jetzt vom Namen her nicht. Auf jeden Fall die 3. Das ist schon mal der Key-Event. Jetzt kommen wir zum Event, der speziell ist. Man bekommt einmal gratis. Sehe ich hier gerade 100 Mützchen und 5 Keys. Das nehmen wir dankend mit. Danke, Merkel. Und dann könnt ihr natürlich wie immer Sachen kaufen für Knete. Mir ist mittlerweile aufgefallen, bei den 100 Euro Paketen hat man euch die Gems gekürzt auf 4000. Bisschen komisch. Und es gibt noch irgendeine Währung, nämlich diese komischen Joker-Tickets. Nenne ich die jetzt mal. Müssen wir gleich mal gucken. So, hier bekommt ihr wieder tägliche Anmeldung. Da einmal 3x Seelen und 100 Joker-Karten. Dann gibt es hier noch einen Würfel am dritten Tag. Dann haben wir hier noch diese Dinger. Genau. Das sind diese Tickets. Und ja, ihr seht es ja schon. Nur mal einen Würfel umsonst und so. Das kostet nichts. Kann man einfach mal mitnehmen. Ist schon okay. Eine Wochenkarte ist mir bisher noch nicht begegnet. Das gucken wir uns gleich an. Da geht es dann um diese Joker-Karten einzulösen. Und wie ich das da oben sehe, gibt es auch noch Münzen mit einem Clown. Und diese Clowns-Münzen könnt ihr einlösen. Ich sehe es gerade. Diese Clowns-Münzen könnt ihr einlösen im Shop. Hier fangen wir mal unten an. Da gibt es dann Kleinkram. Dann wird es erst interessante. Diamond Key haben wir 350. Kostet der. Für mich interessant ist immer diese Kiste hier. Die kostet 700.000. Die große und die Artefakte 1400 bis 1600. Ja. Also mal gucken, was da machbar ist. Wir werden hier gleich mal einlösen und einfach mal gucken. Dann gibt es das Würfeln. Ja, das ist für dieses Würfelspiel. Bitte. Ich weiß, das ist wie immer. Genau. Ihr könnt 150 Würfel zu A 150 Gems kaufen. Das heißt, im gesamten Paket kosten diese 150 Würfel... 22.500 Gems für das gesamte Paket. Lasst es. Es ist bald Anniversary. Und wenn ihr jetzt nicht gerade 300.000 Gems habt, dann Finger weg. Ihr werdet 60 bis 80k Gems mit Sicherheit brauchen fürs Anniversary im Juni. Das ist nicht mehr lang bis hin. Finger weg. Macht es nicht. Für diese Würfel kriegt ihr halt dementsprechend die Sachen. Ich würfel jetzt hier einfach mal gratis. Dann steigert sich das auch. Ihr seht es ja. So. Und man kriegt dann auch diese Sterne. Diese Sterne, wenn man sie überschreitet, kriegt man Punkte, trifft man genau drauf, wird sogar erhöht. Ich stoppe es maximal 5. Jetzt ist es so. Ihr kriegt dann hier 100 Joker-Karten, 200, 400, 500 und 5 Würfel. Das... Ich würde die Finger weglassen. So, dann. Was ist das denn hier? Ah, okay. Okay, 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 okay. Erklärt irgendwas auf Xing, Shang, Chong. Das kann ich natürlich nicht. Da könnt ihr diese Rollen einlösen. Also die Tickets. Ach, ihr kriegt ein Gratis-Ticket. Machen wir es einfach mal. Ich weiß nicht, was das jetzt hier ist. Hä? Wo bin ich? Wo ist die Mitte? Keine Ahnung. Ich mach das mal. Ah, und dann... Ah! Squid Game geguckt. Links, rechts, geradeaus. Ich geh auf die Platte und die Platte hat leider ins Nichts geführt. Ihr könnt also da nochmal 100 Stück insgesamt verdienen von diesen Tickets. Jetzt nichts Bewegendes. Und das sind diese Glasplatten. Die kennt man von Squid Game beispielsweise. Da sind manche Glasplatten. Oder auch hier von Fall Guys. Genau. Nein, von dem Spiel. Trifft man auf die falsche, fliegt man runter. Trifft man auf die richtige, bleibt man stehen. Hier kann man diese Dinger kaufen. Man will ja wieder Geld generieren. Und wir gucken mal gerade hier jetzt dann das. Ich denke mal diese Münzen. Ich weiß es nicht. Ich drück mal hier drauf. Was passiert jetzt? Es kommen hier drei Karten. Das gibt eine gewisse Kombi. Da kriege ich 20 Münzen für. Wo ist denn hier denn die... Ja, toll. Wo ist denn die Übersetzung dafür, was ich kriege? Für was? Warum kriege ich jetzt 20 Münzen? Ein roter Joker und zwei gelbe. Mal gucken. Jetzt habe ich wieder zwei gelbe und einen roten. Das gibt wieder 20. Ich überspringe den Scheiß mal. Scheiße, ich glaube nicht. 15 für zwei blaue. Okay. Also ich habe jetzt 55 Münzen an Tag 1. Der Event hat gerade angefangen. Wenn man dann hier mal so guckt. Also weltbewegend ist das nicht. Sieben Tage. Diamond King mit Liebe. Diamond King mit Liebe. Geht mir mal davon aus, dass man hier... nur das erreichen wird. Vielleicht das for free. Das war's. Hier kriegt man nicht wirklich was. Also... Ich würde da nichts drauf geben auf dem Event. Das ist meine Meinung dazu. So, noch die Vorschau für nächste Woche, um das Ganze abzuschließen. Ping. Und da gibt es Oster-Event. Da seht ihr jetzt Schlag auf Schlag. Erstmal hier. Chessia und Orvin für Seel. Dann Oster-Event. Klar, wieder Artefakt etc. Und Wheel für Saizu. Saizu gegen PvE soll der gerade sehr gut sein. Gegen Bosse. Kann man machen. Also wenn ihr Glücksrad-Jetons habt, grundsätzlich ja eh immer raus. Bis 150, 250. Ähm... 150 glaube ich ist es. Und dann könnt ihr da entsprechend zuschlagen. Wenn ihr noch eine Kopie mitnehmen könnt, macht das. Und macht die zweite Runde dann bis zu 150. So habe ich es auch gemacht. Und das ist es dann auch. So. Das wäre soweit alles. Ähm... Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt mir gesund. Und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, immer brav, das Hühnchen ficken. Ciao, ciao. Ciao.